Bayerische Nation, eine riesige Freude, sie hier zu haben. Dieser ist explodiert, kommt jetzt und ich präsentiere euch Fans aus erster Hand. Möchten Sie alles wissen, was beim FC Bayern geschieht? Tatsächlich abonnieren, UN immer auf dem Laufenden zu bleiben mit dem FC Bayern München. Und jetzt hier die Nachrichten. Die Gründe dafür liegen auf der Hand, Manuel Neuer ist vertraglich bis 2024 an den FCB gebunden und unter Julian Nagelsmann absolut gesetzt. Da der DFB-Nationalspieler weiterhin konstant starke Leistungen abliefert, beschäftigt die Bayern-Borse die Frage, wie es mit dem deutschen Meister nach der Neuer Ära weitergeht. Jenny SZN Sie diese Informationen und haben noch kein Like hinterlassen? Klicken Sie schon auf den Like-Button, damit YouTube Ihnen immer FCB-News empfehlen. Kann Kobel statt Nübel? Sollte ein solches Szenario tatsächlich eintreten, könnte der Name Gregor Kobel laut Sky-Reporter Florian Plettenberg interessanterweise in München Prominenter auftauchen, mit Mitte 20 Kandidat für den FC Bayern. Als neuen Nachfolger haben die Bayern den BVB-Torhüter auf der Liste Was ist mit Fenn? Was denken Sie über Ayub Aydin? Möchten Sie ihn beim FC Bayern Main sehen? Oder nicht? Hinterlassen Sie hier Ihre Meinung, ich möchte wissen, was Sie darüber denken. Greift zu! Bleiben Sie immer auf dem Kanal, denn wir aktualisieren immer die neuesten FCB-Nachrichten. Abonnieren, um nichts zu verpassen.